Hallo, in diesem Video zeige ich Ihnen, wie Sie die Konferenz-, Webinar- bzw. Meetinglösung Zoom.us nutzen können, um mit bis zu 100 Nutzern und potenziell sogar noch mehr hochqualitative Seminare bzw. Vorlesungen abzuhalten. Wenn Sie auf die Webseite gehen, Zoom.us, können Sie sich ein kostenloses Konto anlegen. Grundsätzlich können Sie auch mit dem kostenlosen Konto schon problemlos arbeiten. Es gibt nur zwei relevante Einschränkungen. Es sind definitiv maximal 100 Teilnehmer möglich. Also bei riesengroßen Vorlesungsgruppen funktioniert das nicht, aber das sollte hier in den wenigsten Fällen ein Problem sein bei uns. Und, das ist ein bisschen problematischer, jede Besprechung ist auf 40 Minuten limitiert. Das heißt allerdings, das lässt sich relativ einfach umgehen, wenn man von vornherein weiß, dass die Vorlesung länger geht. Dann legt man einfach zwei Meetings ein, einmal kurz die erste Hälfte, die zweite Hälfte, schickt den Link dann in den Chat und alle wechseln rüber zum Meeting 2. Also das ist eigentlich kein Problem, damit zu arbeiten. Jetzt zu dem Zeitpunkt, wo das Video erstellt wird, ist das IWD auch gerade dran, Pro-Lizenzen zu akquirieren. Fragen Sie da bitte mal nach oder checken Sie die FAQ, ob da inzwischen mehr drin steht. Aber grundsätzlich sollten wir auch mit einer Pro- bzw. Educational-Lizenz hier arbeiten können. Da sind dann die Limits etwas anders. So, wenn man jetzt ein Meeting plant, das geht hier, ein Meeting planen, kann man dem einen Namen geben, eine Beschreibung, ein Datum. Das Datum per se ist grundsätzlich egal. Das ist eher nur zur Organisation. Sie können das jederzeit starten, beenden, was auch immer. Ich lasse jetzt einfach mal ganz kurz alles auf Standard. Man kann ein Kennwort festlegen, also wenn Sie wirklich nur möchten, dass Nutzer mit dem entsprechenden Kennwort dort reinkommen, können Sie das hier vergeben. Rest lasse ich jetzt auch auf Standard. Können Sie hier ansonsten alles nachlesen, so beim Haufern, was das genau bedeutet. Das Einzige, was ich tue, ist Teilnehmer beim Beitritt stummschalten. Das ist eine Funktion, die ich persönlich immer bevorzuge, dass gerade wenn dann irgendwie so 20, 30 Zuschauer hier mit rein droppen, die nicht alle aus Versehen anfangen loszuquatschen, weil ihr Mikrofon offen ist, sondern dass die erst aktiv entmutet werden müssen. So, wenn ich das jetzt speichere, ist es angelegt und hier ist eine Einladungs-URL, kann man einfach kopieren, also am besten gleich sogar die ganze Einladung, den Text hier per E-Mail schicken oder man hat hier auch die Möglichkeit, das sich in einem eigenen Kalender hinzuzufügen, wenn Sie Ihre Webinare auch schon vornherein für die Woche anlegen. Alles ganz praktisch. So, jedenfalls, wenn es dann soweit ist, haben Sie hier bei Meetings nochmal die Gesamtübersicht. Entweder gehen Sie rein oder Sie können es direkt von hier starten. Beim ersten Mal wird Ihr Browser Sie bitten, eine Installationsdatei auszuführen. Die wird dann runtergeladen, bitte einfach einmal ganz kurz machen und alle nächsten Male kommt hier stattdessen dann die Bitte, das in Zoom zu öffnen oder eröffnet es automatisch, je nach Browser und Ihren Einstellungen. So, am PC können Sie jetzt hier per Computer-Audio beitreten. Gäste können auch per Telefon beitreten. Das ist relativ praktisch, wenn dann doch irgendwie Studis gerade unterwegs sind, keine Ahnung, sind auf der Autobahn oder so, haben nur Ihr Handy da liegen, dann können die zumindest so lauschen. Okay, oder theoretisch ist es auch eine Option, wenn man per Computer zuschaut, aber aus irgendeinem Grund kein Mikrofon hat, da kann man auch zusätzlich dann noch per Telefon beitreten, um da zu reden. So, per Computer dem Audio beitreten. Beim allerersten Mal wird dann noch kurz eine Abfrage kommen, dass man das Mikrofon und den richtigen Lautsprecher einstellt. Aber grundsätzlich ist das hier jetzt das Programm. Sobald irgendjemand irgendwas freigibt, ich mache jetzt zum Beispiel mal hier die Kamera an, wird das entsprechend auch von allen gesehen. So, um die wichtigsten Sachen durchzugehen, hier unten kann man den Chat ein- und ausschalten. Da sieht man dann eben alles, was geschrieben wird. Man kann sogar Dateien freigeben. Die Einstellung, wer chatten darf, ist hier unten. Jeder kann öffentlich und privat, das ist eigentlich Standard. Dateien können, glaube ich, per Drag & Drop oder ansonsten direkt hochgeladen werden. Und hier bei Teilnehmer verwalten, da geht das hier oben noch auf. Da sieht man die Liste aller Teilnehmer, wo man sie dann eben einzeln stumm schalten oder entstumm schalten kann. So, hier unten links können Sie sich selber stumm schalten bzw. wieder das Video deaktivieren. Mit dem Pfeil kommen Sie auf weitere Optionen, also um nochmal das richtige Gerät auszuwählen oder für weitere Einstellungen, zum Beispiel hier jetzt Videoeinstellungen. Ich habe hier schon mal HD aktiviert bei der Kamera, weil meine Verbindung gibt es her. Warum sollte man es dann nicht tun? Noch eine ganz nette Nebenfunktion ist, man kann hier mein Erscheinungsbild, die Retuschieren, aktivieren. Sie sehen da links im Bild, das nimmt mir ein paar Hautunreinheiten und Fältchen raus und sowas. Gerade wenn man irgendwie gerade in der Quarantäne aus dem Bett gefallen ist und noch vorm ersten Morgenkaffee irgendwie ein Webinar geben soll, ist das wahrscheinlich eine ganz gute Option. Sie können gerne mit weiteren Sachen rumspielen. Es gibt zum Beispiel auch die Möglichkeit, mit Greenscreen oder sogar auch ohne Greenscreen den Hintergrund zu ersetzen. Probieren Sie das dann ruhig mal aus. So, wenn ich aufzeichnen möchte, kann ich das auch tun. Hier einmal draufdrücken, dann wird das erstmal so nebenher mitgeschrieben. Und sobald das Meeting beendet ist, konvertiert das Programm das automatisch in eine MP4-Datei. Mit einem Pro-Account kann sogar automatisch eine Cloud-Aufzeichnung zum späteren Download mitgeschrieben werden. Reaktionen können von Ihren Zuschauern, ich sehe nur die beiden, ich weiß gar nicht, ob es irgendwie eine Möglichkeit mehr zu machen, können von Ihren Zuschauern hier abgefeuert werden, wenn sie zum Beispiel einfach fragen, okay, haben es alle verstanden, dann gibt jeder einen Daumen hoch und dann hat man schnell eine Übersicht. Oder wenn man die Frage hat, okay, wer hört überhaupt gerade noch zu, einmal kurz einen Daumen hoch, dann hat man da auch schnell einen Feedback-Kanal, ohne immer in den Chat schauen zu müssen. So, wenn wir jetzt den Bildschirm freigeben, das kann standardmäßig nur ein Teilnehmer, hier unten kann man auch einstellen, dass es mehrere Teilnehmer können, das ist dann relevant, wenn Sie zum Beispiel möchten, dass Ihre Studis oder so irgendwelche Praktikumsergebnisse oder sowas dann anzeigen. Ich mache jetzt hier einfach nochmal meinen Bildschirm freigeben. Ich kann jetzt entweder einen kompletten Bildschirm freigeben oder ein bestimmtes Programm. Ich nehme jetzt mal den Bildschirm, Bildschirm 2, den sieht man hier drüben, da habe ich gerade schon PowerPoint offen. Da teile ich das jetzt. So, das Programm selber minimiert sich, beziehungsweise die Oberfläche ist jetzt hier mit rübergewandert. Also, hier oben sind jetzt die ganzen Optionen, die vorher unten waren, alles ein bisschen anders sortiert. Wenn ich hier auf Stoppen drücken würde, dann würde das jetzt die Bildschirmfreigabe deaktivieren. Hier über Mehr und Chat kann man den auch wieder öffnen und sich zum Beispiel auf einen zweiten Bildschirm ziehen, wenn man hat. In dem Fall würde ich dann empfehlen, auch das zu tun und dass dann im PowerPoint hier die Referentenansicht deaktiviert wird. Weil, wenn wir sie anhaben und ich gehe in die Präsentation, dann geht es natürlich über beide Bildschirme. Der Chat ist zwar davor, aber ja, also probieren Sie, wie es für Sie am besten ist. Ich mache es eigentlich immer aus in dem Moment, so rein in die Präsentation und dann kann ich hier durchschalten und alle sehen es. Der Vorteil an Zoom ist dabei, die Qualität ist sehr hoch, das heißt eine hohe Bildfrequenz, gerade auch wenn Sie dann eben mit einem Programm arbeiten. Also, sagen wir, hier wird Photoshop geleert oder ein Cut-Tool oder 3ds Max oder ein Videoschnittprogramm oder was auch immer. Das kann damit sehr gut und in einer guten Framerate übertragen werden. Wenn wir fertig sind, einfach hier oben auf Stoppen. So, fertig ist. Und wenn es das dann am Ende war, einmal einfach nur beenden oder hier unten auf Meeting beenden. Entweder verlassen Sie nur das Meeting alleine, dann können Ihre Studis noch drinbleiben und quatschen oder das Meeting für alle beenden, dann ist dicht Schicht im Schacht, fertig ist. Wenn Sie eine Aufzeichnung haben laufen lassen, dann wird die noch konvertiert, Sie werden noch gefragt, in welchen Ordner das gespeichert werden soll, pipapo. Aber das war es grundsätzlich. So, ja, also das ist Zoom, bietet sich wie gesagt an, wenn Sie relativ hochqualitativ alles rausschieben wollen. 100 Nutzer, 40 Minuten Limit standardmäßig, fragen Sie das IWD nach Lizenzen und ansonsten. Genau, das ist neben der Pexip-Lösung vom DFN eigentlich derzeit die präferierte Option, was Live angeht. Alles klar. Dann probieren Sie mal ein bisschen rum. Kostenlose Version ist, wie gesagt, eh für jeden verfügbar. Schauen Sie, was Ihnen am besten gefällt. Und in jedem Fall frohes Schaffen. Musik Musik